Mulaga soll angeblich rausgekommen sein, will ich noch hören. Sosso MCR will ich noch hören. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Olexerch angeblich will ich noch hören. Gibt's noch einiges, ja? Dorian will ich noch hören, gibt's noch einiges. Gibt's noch einiges. Ist das richtig? Ja, sollte ich... Medisch. Hat er mit iPhone gefilmt? I love you, Bobby. Wir merken schnell, wir wollten raus aus dem Blockhaus. Lenken kriminelle Banden mitten im Blutrausch. Wir sind echt, wir sind really... Also, Bruder, gell? Zuart, Bruder, du hast so eine dumme Kacke gemacht. Bruder, du kannst doch nicht so einen Song, so ein Video geben, Bruder, ja? Was ist das für ein Video, Bruder? Das macht deinen Song kaputt, Bruder. Wallats macht deinen Song kaputt. Was sind das für Szenen, Bruder? Das war Praktikum, siebte Klasse, jemand hat's gefilmt. Was ist das denn? Für so einen Song muss ein richtig geiles, düsteres, geiles Video. Hättest du lieber mit Cover hochgeladen, Cousin. Aber doch nicht so, ja? Was ist das denn, ja? Auf der Straße groß geworden, Mama krank. Kleine Jungs, große Sorgen wissen nicht, wie man verpackt. Aus den kleinen Jungs wurden große Männer, die sich testen, wegen Bäder oder Werbung. Was ist das für eine Szene, Bruder? Push schneller, ha. Wir merken schnell, wir wollten raus aus dem Blockhaus. Lenken kriminelle Banden mit nem Blutrausch. Wir sind echt, wir sind real, aber bring's nicht dazu. Sonst hab ich wegen dir mein erstes Tränen-Tattoo. Widerrufst du nur nachts an, weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Das ist alles der Anfang. Meine Flucht ja auf Dauer, sie tut nicht gut. Widerrufst du nur nachts an, weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Das ist alles der Anfang. Meine Flucht ja auf Dauer, sie tut nicht gut. Es geht weiter, weil die Kunden immer warten. Ich spür die Schmerzen deiner Mutter. Heute kann sie nicht mehr schlafen, aber... Das kannst du nicht ernst meinen, Suat, gell? Wala, ich bin sauer auf dich, Bruder. Was ist das denn, Bruder, ja? Was ist das denn, Cousin? Bruder, wisst ihr, warum es mich so stört? Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, gell, Dredis? Ich find den Song, das ist ne 10 von 10 Songs, richtig geil, das ist richtig geile Musik, Bruder. Richtig geil. Aber, Bruder, das kannst du nicht bringen. Dredis, guckt euch mal die Szene hier bitte an. Zu diesem Video. Er sitzt einfach im Treppenhaus bei Shure, Cousin. Und die Sache, der geht nicht... Ach, du Scheiße, Digga, Mann. Das ist ein Prank, Bruder, das ist ein Prank, Digga. Bruder, ist auch, Dredis. Es geht weiter, weil die Kunden immer warten. Ich spür die Schmerzen deiner Mutter. Heute kann sie nicht mehr schlafen, aber... Totengebet, stehen wir zu 10. Und sie sagte, dass alles vergeht. Es muss weitergehen, ich hab opendiert. Ja, mein Bruder, bitte abgeduld. Schizophren, Haramiss. Paradox, weil ich auf Aufgabe war erneuer auf der Flucht. Ich hab vergessen, wie du redest, wie du guckst. Körperkalt, hab dich gewaschen, weil ich muss. Jeder Schatz wird doch begraben, heut bist du's. Wieder rufst du nur nachts an. Weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Das ist alles der Anfang. Meine Flucht ja auf Dauer, sie tut nicht gut. Wieder rufst du nur nachts an. Weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Das ist alles der Anfang. Meine Flucht ja auf Dauer, sie tut nicht gut. Wieder rufst du nur nachts an. Weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Das ist alles der Anfang. Das ist alles der Anfang. Das ist auf Dauer, sie tut nicht gut. Weil du weißt ja, die Polizei hört dir zu. Erklär mir die Szene, Bruder. Erklär sie mir. Erklär mir diese Szene, Bruder. Erklär sie mir. Ich will die verstehen, Bruder, diese Szene. Was? Was? Also Song Geisteskrank. Song, ich feier ihn. Ich feier den Song. Ich feier Suat. Bruder, ich werde den Song auch bestimmt noch öfters hören. Suat, falls du das siehst. Ich werde den 100% öfters hören. Ich bin großer Fan von deiner Musik. Aber dieses Video war echt, Bruder. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon so geahnt und gehofft. Und so ein bisschen diese, Bruder, das Video. Bitte, Bruder. Also, Bruder, ich küsse dein Auge. Wunderschöner, wunderschöner Suat. Wadla, hoffentlich wirst du Milliardär. Aber bitte tu uns das nie wieder an, Bruder. Was ist das für ein Video? Hältst du seine Hand? Bruder, bitte Suat, Bruder. Alleine, guck mal, dieses Video in schwarz-weiß, in Regen, irgendwo. Du stehst alleine. Bahnhof, Zigarette, es regnet, irgend sowas, Bruder. Geil. Nachts viel Lichter. So geil, Bruder. Paar Zeitlupen, paar so. Bruder, was ist das denn, Bruder? Ja? Was ist das denn, Bruder? Alles vergeht. Es muss weiter gehen, ich hab Appetit. Ja, mein Bruder, bitte. Bruder, das ist, das ist, weißt du, was das ist, Suat, Bruder? Wirklich. Das ist so, Walla, ich zeig dir. Das ist das hier, Bruder, Walla. Ich kann so machen. Ich kann so machen. Ich kann so machen, Bruder. Das ist das, Suat, Bruder. Verstehst du, Cousin? Das sind Videos aus diesen Zeiten, Bruder. Du brauchst was richtig Geiles, geile Videos. Das ist ganz, ganz wichtig, Bruder. Weil ich sagte, dieses Video hat den Song geschmälert und der Song ist geisteskrank. Der Song ist geisteskrank. Und ich sag's nicht umsonst, Bruder. Ich könnte hier auch sitzen und sagen, der Song ist scheiße. Verstehst du? Aber ich sag die Wahrheit. Der Song ist geisteskrank. Und dieses Video macht den Song kaputt, Bruder. Das ist das Problem. Unur, Dankeschön für fünf Monate, mein Wunderschöner. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. STRGL, Syntax. Dankeschön für den frischen Prime. Ahla, Alem, Berlin. Salamu alaikum, mein Bruder. Dankeschön für drei Monate. Ich küss dein Auge. Du hast deine Karriere beendet. Nein, Bruder. Ich mein, das ist doch nicht böse. Ich kenn doch den Suat, Bruder.